Hallo, mein Name ist Taner Jeter. Ich mache meine Ausbildung zum Drogisten bei DM Drogeriemarkt und bin derzeit im dritten Lehrjahr. Wir sind der größte Anbieter an Drogeriewaren in Deutschland und haben über 1800 Filialen deutschlandweit. Ich habe mir die Ausbildung ausgesucht, weil man hier viel mit Kunden zu tun hat. Zudem hat man halt jeden Tag auch eine neue Herausforderung. Bei uns gibt es das LIDA-Prinzip. LIDA steht für Lernen in der Arbeit. Die Ausbildung bei DM Drogeriemarkt geht drei Jahre lang. Man besucht im Schnitt zweimal die Woche die Berufsschule. Die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, wären zum Beispiel, dass man teamfähig ist, dass man auch bereit ist, Verantwortung sehr schnell selber zu tragen und dass man auch eigenständig arbeitet. Ich gehe hier jeden Tag neugierig und mit Spaß an neue Aufgaben und es macht die Arbeit für mich bei DM aus. Wenn du Lust auf die Ausbildung bekommen hast, dann bewirb dich bei uns unter www.dm.de www.dm.de